Hallo. Hallo. Kannst du dich mal bitte vorstellen. Ja, mein Name ist Blackstar und ich bin ein Let's Player aus Luxemburg, der aber in der deutschen Let's Player Szene aktiv ist. Oh, toll. Seit wann machst du Let's Plays? Ich habe am Oktober 2014 angefangen und mache das jetzt, ja, bisher ganz gut. Also ich habe Spaß daran. Das ist ja gut, wenn man Spaß daran hat. Wie viele Videos pro Tag oder pro Woche lest du so ungefähr auf? Also ich habe mir da so einen Plan zurechtgelegt mit zwei Videos pro Tag und ja, den kann ich auch ganz gut einhalten. Manchmal kommt etwas im Real Life dazwischen, aber sonst... Ach so, okay. Vlogs? Nein, nein. Manchmal kommt halt kein Video im Real Life, aber ansonsten ist es in der Regel zwei Videos. Das ist gut. Okay. Wie kommst du damit halt dem Recht, zwei Videos pro Woche hochzuladen? Das ist halt eben eine Umstellung von früher. Merkt man das schon? Oder... Ja, schon. Also man hat definitiv viel weniger Freizeit. Man muss auch viel disziplinierter drangehen. Also man muss seinen Plan schon einhalten. Aber ich nutze die Wochenende dazu und von daher klappt es. Und was ist so dein Hauptthema von Videos? Also welche Let's Plays von welchen Spielen machst du? Ja, also mein Kanal widmet sich hauptsächlich Nintendo. Ich mache aber auch andere Videos, wie z.B. Minecraft oder mal ein PC-Game. Aber hauptsächlich halt das neueste von Nintendo. Und was ist denn jetzt so dein absolutes Lieblingsspiel? Ja, das ist sehr schwer, da ich einige habe. Wenn ich jetzt sagen würde, das allerliebste auf der neuesten Konsole wäre es Splatoon und im Allgemeinen wäre es Kirby Air Ride. Und das ist auch das Spiel, mit dem ich begonnen habe. Ach so. Okay, ja. Gut. Dann sag ich mal Dankeschön. Ja, gern geschehen. Und ihr könnt dann halt eben auf seinem YouTube-Channel auch mal gerne vorbeischauen. Und das war's. Und das war's.